Der S103 Ist das bequem hier, ich habe hier richtig viel Platz Jetzt fehlt noch noch unsere Garibaldi Die Süße Ich wurde gekickt Das ist aber komplett ausgemacht Das ist nur der Tester Jetzt kommt noch ein anderes und dann lacke ich mich auf Tavia und dann lass mich noch Trader schicken vorfahren Hast du den Plomsten gehört? Du bist voll gegen den Tombe gefahren Wenn ich mir mal ein Safe kaufen kann Ich habe mein Zeug Das ist kein Zombie, das ist keiner Das ist ein Zebrastreifen, du Opfer Ich werde es noch so machen, wir schlagen ihn, wir schlagen ihn Das ist ein Zombie Schlaf mich, schlaf mich Warte, wie er stöhnt Das ist ja geil Hier auf der Seite kann man vielleicht einsteigen Weil hier ist offen, die Gondeln sind hier offen auf der linken Seite Das heißt... Man müsste erst aufs Auto klettern, ach das geht nicht bei dem Wagen Der schiebt mich weg Warte, ich habe eine Idee Hei Genau, aber ich werde mal was anderes noch probieren Nee, ja ja, ich werde was anderes probieren Ich werde mit der Karre probieren das Riesenrad aufzuhalten. Ich werde der Erste sein der das schafft. Ich war fast drin! Oh, oh, oh. Knickicknacki, na mein Sacki. Der war halt hier gebrochen. Äh, jetzt haben wir aber, äh, jetzt, 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 jetzt. Ehhhh. Oh, ich bin durchgefallen. Hast du das gesehen? Wie geht denn sowas? Andere Seite ist zu und man fällt da durch. Au. Oh, die Kamera explodiert, die Explodierung. Oh, die Explodierung. Ich bin tot. Oh, ja, zur Strafe wirst du jetzt noch ausgefeilt. Au. Du hauen. Oh, 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 oh. Okay, wo ist das so? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.